Grüß euch Grüler, Grüß euch Schüler. Heute seid ihr Krampus und ich beim Hirnushaus einwesteln und machen ein bisschen Spaß für die Kinder. Und natürlich kann man nicht auch so nickel aus dem Krampus sein werden. Deswegen haben wir auch was Täftiges gemacht und das sagen wir euch jetzt noch. Viel Spaß beim Video. Und schon sind wir da, weil wir haben ja gesagt, ein deftiger Unterlag ist. Was gibt es Gutes? Heute gibt es einen sehr guten Schweinsbraten von uns. Einmal Bauch und einmal Schopf. Das Gute vom Schweindl. Das Gute, also bei uns ist alles gut vom Schweindl. Und das ist für euch? Das ist eigenes Fleisch von uns. Soja. Und du machst das jetzt nach deinem Rezept? Nach meinem Rezept im Outdoor Brotbackofen, kann man eigentlich genau sagen. Sehr cool. Also das könnt ihr auf die, ich weiß noch nicht, schon mal einig vom Papst. Das werden wir dann machen. Da ist er gut drin, ja. Ganz ruhig. Er ist ein wenig nervös, hat er gesagt, aber das macht nichts. Nein, nein, ist kein Problem. Jetzt geht's ja. So gut. Passt. Und jetzt eingeschnitten Obelsfleisch. Mhm. Bei uns darf ein Schwein ca. 150 Kilo kriegen. Sonst hat das normal, wenn du jetzt sagst, ein normaler Mast. Ein normales Mastschwein hat ungefähr 96 bis 98 Kilo gestochen. Und bei uns haben sie ca. 150 Kilo geschlachtet. Das heißt, 180, 190 Kilo lebend. Und jetzt, damit wir schon ein wenig später raus sind, sonst können wir mal essen jetzt am Starten. Da habe ich eine eigene Schmalzeine da. In der Pfanne. Die habe ich mir extra im Internet einmal organisiert, weil die passt genau in den Ofen rein. Passt. Sehr gut. Eine Zwiebel schneide ich noch grob. Den haue ich da mit rein. Einfach für den Geschmacken. Da habe ich einen Knoblauch geschnitten. Da habe ich einen Kümmel. Und wie viel Knoblauch zählt hast du da genommen? Ohlig. Kann nie genug sein. Was ich gefunden habe. Das ist jetzt am Rost da rein. Passt. Genauen Mengenangaben. Das ist immer nach Geschmack und Gefühl. Nach dem Motto, mehr ist mehr natürlich. Kümmel schaut auch nicht. Das ist gut und gesund. Sehr gut. Gut. Und jetzt da. Jetzt kommen die Spezialitäten, weil wir sind am Timmyhof. Genau. Wir haben euch einen Link unten reingegeben und vielleicht hat der ein oder andere schon nachgeschaut. Weil wir haben schon öfter Produkte auch verarbeitet. Wir machen einen Schweinbraten meistens mit Senf. Und jetzt da mache ich da so etwas Ähnliches wie eine Marinade. Okay. So. Jetzt eine. Was für Senf haben wir da? Da haben wir einen Apfel. Einen Apfelsenf mit Apfelchips. So. Die werden nämlich fein gemahlen und dann im Senf untergrillt und das hat echt einen coolen Geschmack. Wenn es süßlich erinnert, dann werden wir gerne an Weißwaschsenf. Und der Vorteil von Senf ist das, du hast eine gute Konstanz und die Gewürze bleiben oben. Das ist einmal ein großer Vorteil an der Geschichte. Dann nehme ich natürlich unser Brabo. Kotelette und Brabo. Ah ja, vielleicht sollte man sagen, das Video enthält Produktplatzierung. Aber man braucht eigentlich sonst nichts. Ja. Ja, ich schaue das nicht mal so einfach aus. Die machen auch nichts anderes den ganzen Tag. Du hast ja da andere Projekte auch. So. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, heute einen Christkindlmarkt oder heute einen Christbaumhocken zu machen? Und für was steht das Christbaumhocken? Das Christbaumhocken steht eigentlich nach der langen Corona-Zeit bei uns. Dass die Leute wieder zusammenfinden. Und dass man sich, unser Motor heißt, warten auf das Christkind. Okay. Und dafür, dass wir endlich wieder mal eine Adventzeit haben nach der langen Zeit. Den Behrungen, wenn wir nicht zusammengeben können. Das ist eigentlich heute mal die Idee dabei. Wir trinken auf gemütlichen Punsch. Essen gibt es. Fürs Team gibt es einen guten Schweinsbraten. Gibt es ein Bier auch? Bier wird es auch geben, aber in erster Linie gibt es einen guten Wein. Ah. Aber jetzt tue ich das schon einmarinieren, dass wir es einnehmen. Das muss man auch sagen, dass wir es wissen. Na, tu noch weiter. Und jetzt ganz wichtig ist bei den Einmarinern, gell? Du musst das behandeln, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, wie eine Brust von einer Frau. Ganz zärtlich. Und das kann ich schon ein bisschen zu viel. Hätte ich nicht sagen dürfen. Aber das ist ganz wichtig, dass man das richtig schön, kräftig… Bist du, du Bladl vom Mund nimmst einmal, das ist wunderbar. Ja. Habe ich gesagt, das ist jetzt einmal ganz wichtig. Also du massierst das anständig ein, quasi in das eingeschniedene. Wie weit hast du eingeschnieden? Da habe ich ein Senne im Messer. Ja, so 1,5-2 cm. Das lege ich einfach rein. Dann können wir auch speisen, Jungs. Dann haben wir den Bauch. Und wie könnte man zu euch einen guten Fleisch, kann man das vorbestellen? Kann man vorbestellen, genau, ja. Das interessiert die Leute natürlich auch immer. Wenn wir jetzt was regional kaufen wollen, werden wir da die Bratschel einmal waschen gehen. Ja, wir meinen das aber trotzdem anders machen. Ich werde dir das einschieben lassen, Andreas. So, drin ist das gute Stück. Wie lange bleibt das jetzt? Circa 2 Stunden. Wir werden nach einer Stunde nachschauen, wenn wir es wenden und vielleicht ein bisschen aufgießen. Okay, mit was gießt das auf? Da machen wir wieder eine eigene Mischung. Ah. Da und. Spuckschawater. Und jetzt, weil wir warten, damit das Warten nicht so schwer fällt, werden wir einen guten Timmyspritzer trinken. Das passt ganz gut dazu. Sensationell. Und wenn wir jetzt schnell sind mit dem Ring, dann trinken wir halt eine Uhren, bis es so weit ist. Das passt. Passt und dann. Nebenbei werden wir auch noch kleine Vorbereitungen für uns eine Christkindle machen. Ah ja, das kommt ja noch. Und dann kommt der Krampus und der Nikolaus zu uns. Los geht's. Prost, Prost. Und die Zwischenzeit, also jetzt haben wir ja eine gute Stunde Zeit, die werden wir nutzen und euch ein bisschen das Genuss auszeigen. Da startet man mit einem Selbstbedienungshofladen, wo ihr auch mit Bankomatkarten quasi fast rund um die Uhr Zutritt habt. Einfach einscannen oder halt reingeben und schon könnt ihr ins Geschäft rein. Und gebt jetzt da eben die ganzen Timmelprodukte, das ganze Sortiment. Die Kamera da kurz befreien. Von den Kürbiskörnchen, über die Grillgewürze, über die Chutney, Pesto. Was haben wir denn auch? Auch andere Lieferanten haben da ihren Platz gefunden. Einfach mal vorbeikommen und schauen. Natürlich die ganzen guten Säfte und vor allem auch die Weine. Und die Weine, die kann man auch im Weinkeller verkosten. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Das ist richtig lässig, den kann man nämlich auch mieten. Auf dem großen Dorf haben wir rund 20 Leute sitzen im Platz. Teilweise auch Seminare werden da gemacht. Aber natürlich noch viel besser gefeiert, weil eine coole Bar ist auch hier innen. Und wenn die Party mal größer ist, da oben in den Festzahlen haben bis zu einem Bus quasi Platz. Und könnt ihr natürlich auf dem Entscheiden zwischen kalter Jausen oder auch warmen essen. Ist alles möglich. Einfach mal mit dem Hannes rennen. Und die Aussicht für die Kinder ist auch sehr unterhaltsam, weil da ist der Schauschweinestahl. So, jetzt drehen wir ihn um, damit er auf der anderen Seite auch noch scheinknusprig wird. Durch ist er schon. Das passt genau, jetzt ist die Schwarten auf da oben. Die soll scheinknusprig werden. Und jetzt tun wir ihn noch einmal 10 Minuten rein und dann gesen wir ihn kurz auf. Gut schaut das schon aus. Schau ich knusprig und kann. So, jetzt tun wir ihn noch einmal kurz aufgesen mit einer Geheimmischung. Aber euch sag ich es, aber nicht weiter sagen. Das ist eine gute, echte Rindsuppe mit einem Schuss Olivenöl von meinem Freund Daniel Martinez Exposito. Gut gelbt. Und dann haben wir ihn noch einmal. Dann haben wir ihn saft. So, jetzt lassen wir das noch 10-15 Minuten drin und dann gehen wir ihn essen. Sensationell schaut das aus. Wie lange war das jetzt noch drinnen mit dem Suppe? Das war alles zusammen circa zwei Stunden. Perfekt. Wie gesagt, der Ofen hat richtig Bauer. Wenn man da ein bisschen einen Christkindl-Markt oder Christkindl-Worten organisieren muss, muss man halt immer wieder dazwischen schauen. Aber jetzt können wir mal kosten. Im Normalfall passt das jetzt. Und meine Frau hat heute nicht Zeit. Normalerweise schieben wir jetzt noch zwei Laubbrot nach. Mit der Hitze. Das tun wir immer noch in Schweinsbrot. Aber sechs Tuche ist ja wunderschön. Richtig geil. Schaut schon mal gut. Und auf das freue ich mich. Geschmacklich ein Wahnsinn. Mit der großen. Ja. 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 Läumen ein Pöller Soßel drüber. Und dann ein gutes Bauernbrot dazu. Und perfekt ist das jetzt. Unterlag ist gesichert. Und jetzt trinken wir noch ein gutes Hermax dazu. Ein Mischbier von Hermax. Kann ich auch noch nicht empfehlen. Das passt perfekt dazu zum Schweinsbraten. Und dann wieder da mal reinhelfen. Na dann. Prost. Prost. Danke. Prost Regional. Alles von da. Prost. Danke. Und wir werden dann noch ein bisschen eine Runde machen. Natürlich beim Misch. Dass wir eigentlich auch zeigen, was es da Gutes gibt. Und dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.